Ja, und jetzt starten wir zum letzten Level. Schwierigkeit ist Abenteuer wie immer und weiter geht's. Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Genau, tötet sie. Und du nimmst erstmal dein schönes Schwert hier. Hier ist noch irgendwo einer. Ja, wir haben jetzt ja nicht so viel Stress. Angeblich brauchen wir unsere... Wir können ja aber die ganzen Medipacks, die hier noch rumliegen, einsammeln. Genau, greift sie von hinten an. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie das in... ähm, wie der Endkampf war. Wir sehen uns. Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Na, klasse, ne? Wir freuen uns. Wir freuen uns alle. Wir freuen uns noch mehr. Hallo, Amanda. Ja, wie wir das Ding jetzt bekämpfen, weiß ich nicht mehr. Aber wir probieren es einfach mal aus. Irgendwie muss es ja gehen. Ja, es geht. Es geht. Jetzt steh auf, du dumme Nübel. Hallo, du solltest springen. Jetzt geht er weg. Mann, die hat sich da festgefahren. Dann nicht noch Medipack? Ja, irgendwie ist das ganz schön anstrengend. Auch wenn wir das Ding haben hier. Ja. Wir sehen selbst, dass es nicht so einfach ist. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich gemacht habe, aber ich mache einfach mal weiter mit dem, was ich so mache. Wieso ist der jetzt schon wieder voller Leben? Geh, weg von der Kante. Ähm. Wenn ich mich nicht erinnern würde, geht's hin. Ja, was muss ich denn da machen, wenn ich zu ihr hinlaufe? Also so, alle guten Dinge sind drei, denke ich, bei Kante. Was soll ich machen? Können wir das mal jemand erklären, was ich machen soll? Wo ist das Ding denn? Hinter mir. Oh, ich finde das schon noch heraus. Ich kann ja nur auf ihn einprügeln. Vielleicht muss ich auch, 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 meinen Magnet-Nicht-Fark immer wieder verwenden. Oh, ich habe nichts mehr. Ich muss auch einen Minipack rumliegen. Ähm. Genau, spring runter. Suche mir die Pläne. Ich muss dann auch irgendwann einen Minipack rumliegen. Ich muss noch einen Minipack rumliegen. Was habe ich denn gerade? Ich habe hier, glaube ich, habe schon kackt gerade. Ähm. Minipack, Minipack. Minipack, Minipack. Minipack, Minipack. Okay, Leute, ich habe es gepackt. Ähm. Ich habe nur noch eine Idee. Und ich bin runtergefallen. Okay, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich habe ja schließlich eine Idee. Was ich machen könnte. Also. Idee Nummer 2. Okay. Okay. Hallo? Lerba, jetzt, jetzt stell dich nicht so an. Ich kann da nicht mal was. Hallo? Jetzt. Das ist doch so ein typischer. Also ich kann doch nicht was ich sprengen wie vorher. So sprinten und so. Nein, warum sollte Lerba das können? Warum sollte Lerba jetzt sprinten können? Oder laufen können? Oder irgendwie Spurzelbeune schlagen können? Ich vermisse das wirklich sehr. Ja. So, jetzt, jetzt, jetzt wegpacken und. Das geht auch nicht. Hat er es gesehen? Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt. Ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen. Ähm. Vielleicht kann ich eine Nahte nach dem Typ werfen. Ich weiß ja nicht, ob das hilft. Naja, das hilft eigentlich anscheinend auch nichts. Ja, also ich weiß jetzt auf jeden Fall. Ich muss in diesem Moment, wenn da ist es auch so. Ich zeige dir, dass sie irgendetwas machen. Aber es ist wirklich anscheinend, nicht hinzulaufen. Wo ist sie denn? Da. Aha. Ja, da wird mir nichts gemacht, finde ich. Ich sehe nicht vor, dass sie es bringt. Da war ja andere Endkämpfer einfach so gut. Müsste man einfach nur kämpfen. Okay, jetzt ist ein. Das war's. So, ich fähne jetzt erstmal raus, wie es funktioniert. Weil ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie ich weiter hier vorgehe. Und deshalb... Stopp. Also, bis lang. Hi. Also, es ist jetzt mein Produkt. Aber weiß ich noch nicht mehr. Aber ich habe jetzt in einem Endplan keinen Grund, was ich wieder machen muss. Ich darf den Muttern zum Beispiel nicht zu nahe kommen. Soll ich bitte den Schmutzern nicht zu nahe kommen, wenn er denn noch in meiner Füße steht? Und ich würde mir einfach nicht schlafen, von ihm wegzukommen. Das ist doch mal eine angenehme Entfernung. Also, man muss eigentlich schon die ganze Zeit... ...zuwandings... ...bis er so fällt. Und dann muss man ganz schnell auf den Zug. Was ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffe. Oh doch. So, was? Jetzt muss man ganz schnell wieder weg. Uff. Ah, jetzt muss ich mir so klar. Das wird so klar. Das ist ein Clever-Ding. Weil der Kopf uns ständig zu nah. Und Clever kann sich nicht mehr so schön frei bewegen, wie in den ersten Teilen. Aber wir bewegen es. Weil er halt wenigstens eingeschränkt war. Oder wenigstens voll krass. Aber wahr. Ich versuche die ganze Zeit, den Muttern zu sprengen. Und seht ja nicht sehr, dass es klappt. Weil sie jetzt die ganze... Alter, die von ihm weg. Geh von ihm weg. Das ist so einfach, dass du so gut bist. Ich kann immer von ihm weg bleiben. Ah. Ja, jetzt... Das ist zum Beispiel das tollste. Was muss denn? Und hier sind ja so viele schöne Sachen, wo man die leeren Sachen hängen kann. So, ganz schnell hin. Und... Aktionstaste gedrückt. Und weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, das war so klar. Jetzt kommt man eben von ihm weg. Und jetzt habe ich ja schon keine Medipacks mehr. Oh, das ist... Hallo? Genau. Ja, aber es stimmt. Ja, ihr seht ihr das. Er steht gerade wieder. Und dann kann er schon wieder zuschlagen. Das ist so... Das ist so unfair. Er steht gerade erst wieder. Und dann kann der Typ schon wieder zuschlagen. Und... Ich mag das... Ich mag das früher viel liefern. Aber dann ist ganz klar, was er aufkamte. Zum Beispiel jetzt schnitt sie in die andere Richtung, auch wenn ich das nicht sage. Jetzt spring, Lerba. Jetzt... Jetzt hab dich nicht so. Ja, Lerba, geh weg von ihm. Hau ab da. Oh, das gibt's nicht. Lerba, hab da. Du kannst doch nicht mehr alles im Land, oder? Vielleicht kannst du sogar in der Luft schießen. Genau, jetzt ist sie wieder tot. Oh, die Frau, die bringt mich noch um den Verstand. Ich muss nur noch den... Den darf ich noch mal in den Schuh wiederholen. Es war echt einig, aber... Egal, ich weiß nicht, ob ich das hier bin. Hallo? Jetzt geht's mir offen auf den Weg. Du sollst immer einen Sicherheitsabstand von ihm fahren, ja? So zum Beispiel. So ist es ja ein bisschen... Fast perfekt. Ich was ist doch einiger... Untertitelung des ZDF, 2020